Bei der Nutzung von fremden Materialien in der Lehre oder bei Studienprodukten muss das Urheberrecht gewahrt werden. Mit dem Einsatz von Material, das unter einer Creative Commons Lizenz steht, lässt sich das leicht realisieren. Dabei müssen Sie einiges beachten. Wie Sie Creative Commons Lizenzen richtig nutzen, zeigt Ihnen dieses Video. Achtung! Weder die Creative Commons Corporation noch das E-Learning Center und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fakultäten bieten eine Rechtsberatung an. Natürlich müssen Sie nicht jedes Bild, jede Grafik oder Tabelle, die Sie verwenden, selbst erstellen. Allerdings müssen die Rechte der Urheber bei der Verwendung gewahrt werden. Dies können Ihnen die Creative Commons Lizenzen erleichtern, die gleich näher beschrieben werden. Man kann das Urheberrecht für ein Werk nicht an eine andere Person übertragen, ihr aber durch die Vergabe von Verwertungsrechten in Form von Lizenzen die Nutzung erlauben. Die Creative Commons Lizenz ist eine vorgefertigte Standardlizenz, bei der zwischen sechs verschiedenen Verträgen unterschieden wird. BY beinhaltet die Namensnennung des Autors, Version 4.0. BY No Derivatives, die Namensnennung und keine Bearbeitungsrechte, Version 4.0. BY Non Commercial, die Namensnennung und nicht kommerzielle Verwendung, Version 4.0. BY Non Commercial No Derivatives, die Namensnennung, nicht kommerzielle Verwendung und keine Bearbeitung, Version 4.0. BY Non Commercial Share Alive, die Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen, Version 4.0. BY Share Alive, die Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen, Version 4.0. Die Creative Commons Lizenz, Version 4.0, ist am 25. November 2013 vorgestellt worden und unterscheidet sich nur in Details von vorherigen Versionen, sodass Sie diese älteren Versionen ebenfalls verwenden können. Die sechs Standardlizenzverträge setzen sich dabei aus vier verschiedenen Modulen zusammen, auf die gleich näher eingegangen wird. Nutzen Sie ein Creative Commons lizenziertes Werk, sollten Sie beispielsweise die zur Lizenz gehörigen Icons oder Textkürzel verwenden und diese mit einem Link zur entsprechenden Lizenzurkunde hinterlegen. Sie dürfen ein BY-lizenziertes Werk teilen und bearbeiten. Dabei müssen Sie folgendes beachten. Das Modul BY behandelt die Namensnennung. Nutzt man ein Werk unter dieser Lizenz, so muss man den Namen des Urhebers, die Verlinkung zum Original sowie die Lizenzurkunde durch das Icon oder Textkürzel und einen Verweis auf die Lizenzurkunde angeben. Der Titel des Werkes ist seit CC Version 4.0 keine Pflichtangabe mehr. Trotzdem empfiehlt es sich, ihn anzugeben. Bearbeitungen, wie beispielsweise das Umwandeln eines Farbfotos in schwarz-weiß, müssen angegeben werden. Sie dürfen ein NC-lizenziertes Werk teilen und bearbeiten. Dabei müssen Sie folgendes beachten. Das Modul NC steht für Non-Commercial bzw. Nicht-Kommerziell. Hierbei darf das Werk nur für nicht-kommerzielle Zwecke verwendet werden. Es dürfen keine Einnahmen erzielt werden. Sie dürfen ein ND-lizenziertes Werk teilen für beliebige Zwecke, sogar kommerziell. Dabei müssen Sie folgendes beachten. Werke mit Lizenzkennzeichnung ND, vom englischen No Derivatives, was bedeutet keine Bearbeitung, untersagen die Bearbeitung des Werks. Ein Bild darf dabei weder zugeschnitten noch mit Photoshop bearbeitet werden. Selbst das Verkleinern eines Bildes gilt seit CC Version 4.0 als Bearbeitung. Das Modul CCSA oder Share-Alike steht für die Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Ein Werk unter dieser Lizenz dürfen Sie teilen und bearbeiten. Neue Werke müssen dabei unter derselben Lizenz veröffentlicht werden wie das Original bzw. die letzte rechtmäßig auf dieses Werk vergebene SA-Lizenz, was beispielsweise bei mehrfacher Bearbeitung eines Werkes ansonsten zum Bestehenbleiben aller früheren Lizenzen und deren Nennung führen und daher schnell komplex würde. Die sechs Creative Commons Lizenzverträge stellen nun Kombinationen der vorgestellten vier Module dar. Ist ein Werk beispielsweise unter der Creative Commons Lizenz BY-NC-SA lizenziert, dann dürfen Sie es nur für nicht kommerzielle Zwecke verwenden und nur unter gleichen Bedingungen weitergeben. So muss man den Namen des Urhebers, die Verlinkung zum Original sowie die Lizenzurkunde durch das Icon oder Textkürzel und einen Verweis auf die Lizenzurkunde angeben. Nun haben Sie einen Überblick über die Creative Commons Lizenzen erhalten. Wo aber finden Sie CC-lizenzierte Werke? Inzwischen gibt es hierzu viele Möglichkeiten. In vielen Suchmaschinen kann man die Suchergebnisse nach Lizenzen filtern. Beispielsweise in Google, in dem man unter Erweiterte Suche bei den Nutzungsrechten nach Lizenzen filtert. Im Internet gibt es neben Suchmaschinen viele weitere frei zugängliche Quellen, aus denen Sie CC-lizenzierte Werke beziehen können. Je nachdem, wonach Sie suchen, bieten sich verschiedene Portale oder Webseiten an. Suchen Sie allgemein, bieten sich die Webseiten search.creativecommons.org oder Wikimedia Commons bzw. Wikipedia an. Bei Musik stöbern Sie doch mal unter freesound.org oder freemusicarchive.org. Suchen Sie nach Fotos, sehen Sie sich doch auf Pix oder Pixabay um. Für Videos können Sie beispielsweise auf YouTube nach Creative Commons filtern. Oder Sie gehen zum Anbieter Vimeo und rufen die Creative Commons Rubrik auf. Schauen wir uns nun ein Beispiel an. Dieses Bild ist unter CC BY SA lizenziert, wobei CC für Creative Commons steht und BY sowie SA die verwendeten Module BY, also die Namensnennung, und ShareAlike, also die Weitergabe unter gleichen Bedingungen sind. Wie Sie sehen, sind hier der Name des Urhebers, die Verlinkung zum Original sowie die Lizenzurkunde durch Textkürzel und einen Verweis auf die Lizenzurkunde angegeben. Zusätzlich haben wir den Titel des Bildes mit angegeben, was man optional machen kann. Wollen Sie nun Ihr selbst erstelltes Werk unter eine CC-Lizenz stellen bzw. weiter genutzte CC-lizenzierte Werke korrekt zitieren, könnten folgende Praxistipps hilfreich sein. Die License-App der Theo Graz versieht das eigene aufgenommene oder weiter genutzte CC-lizenzierte Bild mit einem Wasserzeichen in Form des gewünschten CC-Logos. Der Lizenzhinweisgenerator gibt Hilfe bei der Erstellung von korrekten Lizenzhinweisen für weiter genutzte CC-lizenzierte Wikipedia- und Wikimedia-Bilder, indem Sie durch das Beantworten von Fragen den richtigen Lizenztyp ermitteln und zum Zitieren direkt kopieren können. Worauf müssen Sie bei der Verwendung von CC-Lizenzen achten, auch wenn Sie selbst Ihr eigenes Material unter eine CC-Lizenz stellen wollen? Denken Sie daran, dass eine CC-Lizenz nicht widerrufen werden kann, wenn sie einmal erstellt wurde. Wählen Sie die Art der Lizenz also mit Bedacht. Stellen Sie vor der Veröffentlichung außerdem sicher, dass keiner dritten Person Rechte an diesem Werk zustehen, zum Beispiel in Form von Persönlichkeitsrechten am eigenen Bild. Wenn auf dem CC-lizenzierten Bild reale Personen abgebildet sind, können daraus Schadensersatzanforderungen entstehen. Zum abgebildeten Beispiel mit dem Tiger ist noch zu sagen, dass es sich um eine besondere Lizenz, die CC-Zero-Lizenz der Version 1.0 handelt. Der Autor hat dieses Werk in die Gemeinfreiheit, auch genannt Public Domain, entlassen, indem er weltweit auf alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte verzichtet hat, soweit dies gesetzlich möglich ist. Sie dürften dieses Werk kopieren, verändern, verbreiten und aufführen, sogar zu kommerziellen Zwecken, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen. Wenn Sie selbst bei der Produktion von Lehrmaterial, beispielsweise Lehrvideos, Medien mit Creative Commons Lizenz verwenden, können Sie Ihr Lehrmaterial anreichern und die Attraktivität Ihres selbst erstellten Materials steigern. Bilder, Musik und Videos unter CC-Lizenzen sind kostenlos und ohne großen bürokratischen Aufwand erhältlich. Last but not least, um einen Mehrwert für künftige Lehrende und Lernende zu schaffen, lohnt es sich darüber nachzudenken, das selbst erstellte Material auch ohne weitergenutzte CC-Lizenzen eigens unter eine CC-Lizenz zu stellen. Damit können Sie spezifische Nutzungsrechte an jedermann einräumen, um so beispielsweise eine hohe Verbreitung des eigenen Schaffens zu erreichen und im Open Access-Ansatz in der Bildungslandschaft Rechenschaft zu tragen. Haben Sie weitere Fragen? Bitte wenden Sie sich an das Team des E-Learning Centers über das Support-Ticket-System. Weitere Informationen zum E-Learning Center erhalten Sie auf unserer Homepage.